Katrin Nachbauer verlässt also das Team Stronach. Sie war eine der wichtigsten Stützen in der jungen Partei, die sie mit Frank Stronach gegründet hat. Und sie war die engste Vertraute, die Stronach, der nicht allzu oft im Lande ist, dort bis heute gehabt hat. Äußerst ungewöhnlich ist, dass sie Klubobfrau der Fraktion Stronach im Parlament bleiben soll. Was den Parlamentarismus in Österreich betrifft, mag das außergewöhnlich sein. Nicht für die Abgeordneten des Team Stronach, wie formuliert das heute einer, es passe zum Gesamtsetting der Partei. Katrin Nachbauer kehrt dem Team Stronach den Rücken, nicht jedoch dem Parlamentsklub. Erst vor wenigen Tagen hat sie dem Klub ihren Rücktritt angeboten, wurde jedoch einstimmig bestätigt. Dass die Klubobfrau nicht der Partei angehört, ist zwar äußerst ungewöhnlich, rechtlich aber kein Problem, heißt es aus der Parlamentsdirektion. Die Woche hat Katrin Nachbauer mit einer erfreulichen Nachricht begonnen. Ja, ich werde Mutter, ich freue mich schon sehr darauf. Obwohl Nachbauer als engste Vertraute und Stadthalterin des milliardenschweren Parteigünders Frank Stronach gilt, kommt die Nachricht über bevorstehende Mutterfreuden für Stronach offenbar überraschend, als er am Dienstag am Rande eines Gerichtstermins davon erfährt. Das ist schön für die, wenn es so ist. Wer weiß, sind das Gerüchte oder ist das allgemein bekannt? Gestern wird schließlich bekannt, dass Stronach seiner Weggefährtin zuletzt die jährliche Gage von 200.000 Dollar gestrichen hat. Als Abgeordnete und Parteiakademieleiterin hat Nachbauer aber immer noch rund 12.000 Euro Monatseinkommen. Das Verhältnis zwischen Stronach und Nachbauer dürfte sich zuletzt etwas abgekühlt haben, nachdem der Ausdruck Kanadien noch vor einem Jahr gemeint hat, Aber auch im Wahlkampf muss der Nachbauer schon sanften Widerspruch gegen die Ideen ihres Mentors anmelden. Todesstrafe. Ich glaube nicht, dass in Österreich, dass man da über die Todesstrafe diskutieren kann. Zumindest die geschäftsführende Klubobfrau Waltraud-Dietrich ist aber noch Parteimitglied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017